Musik 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 Da sind wir im Mystery Land In unser Vorschau System NYU Wir hier, everyone! This is Mystery Land. Their hidden junglepathes.... WaltBlstart Airo, Bowser! It is to defate Bowser's things... Majin XXV muss er das präsentiert oder was willst du auch das allererste mal jetzt ein superstar werden nicht nicht in mich reintreten ich darf mal anfangen und ich bin wieder das zweite ich muss wenigstens nicht als letztes da das letzte herzlich willkommen zu einer neuen folge von mario party das ist die letzte map von diesen mario party das war mario party 2 die wir noch nicht gespielt haben da ist wieder der kleine böse browser das mit den aliens das war lustig da hat sich unsere haus stoben er diese berufen jens voll gelohnt anzufangen ich habe immer doch ich werde deine zahl trocken wolltest in 1 würfeln ja eigentlich ja wieder cooper wagen die habe ich vermisst teleporter bin beim stehen beim stern wo wurdest du weit weg teleportiert war der ist auf der linken seite gewesen wo bist du direkt hinter dem stern leider ein feld hinter dem stern also du bist da links direkt hinter dem stern ok also diesen stellen habe ich sowas von verdient das ist die das ist die du weißt schon dass du sagst mich damit gerade zum ziel von allem gemacht irgendwie kenne ich diese mit die warte um haben jetzt wieder alle was gegen mich weil du das game geweckt hast weil du ein lucky star bekommen hast lasst mich doch mal ab wir beiden donkey kong bewegt seinen fetten arsch nicht kommen wir können ich schon wieder eine folge haben und dann kommt gewinnt doch können wir habe ich habe ich jetzt so entschieden aber das schöne direkt in alle erst nur den stern geschenkt bekommen das war hart luck und das war wunderschön mann nicht gelöhnt hat er hat mir gesagt du bist zu scheiße ich kauf dir nichts verdient zwei gegen zwei mini spiel habe ich gehört jemanden die so alle fertig die mann wir lang kommen wir machen ihn wir waren die beide fertig wir zeigen denn jetzt jemand hockey spielt nach oben und unten bewegen okay ich verteidige hinten du vorne geht das ding wird immer schneller ich glaube an dich kai ich will ich kann da oben du konntest unten nein komm der muss jetzt bei denen reingehen niemals ich konnte auch nichts machen um es zu verteidigen und mein bot der ist einfach stehen geblieben ich konnte auch nichts machen um es zu verteidigen und mein bot der ist einfach stehen geblieben die grüne armee gewinnt immer halt die klappe dann hättest du nach unten weg ein stück nach unten weg und muss der mit dem nicht hinter dir hin und her bauen zum speed aufzubauen ich glaube irgendwann glitscht er auch einfach durch noch mal geld für die bank der der drauf kommt freut sich und ich fand ja noch mal geld das ist auch eine sehr interessante web nach dem kampf mini spiel bitte direkt um unsere münzen spiel ja auch noch zehn münzen von der helfe ich ziehe ich alle habe ich komme jetzt 30 münzen der der races ach war das nicht das wo wir uns alle einen aussuchen das ist dieses komplett basierte oh gott bitte ich will den guten läufer haben ich kann endlich mal auswählen ich habe endlich mal die ja ich habe nie die auswahl habe ich das gefühl bitte ich will den bonbon nein warum darf ich nie auswählen wenn du das letzte bist ihr seid doch nur leidisch dass ich ein gestern geschenkt bekommen habe jetzt bewegt dich bewegt dich hallo bewegt dich du blöder tromp ja ne ist klar ey Kai deiner ist einfach durchgespründet ohne hinzufallen der boohu ist wirklich noch nie letzter gewesen ey Kai deiner ist durchgespründet ohne hinzufallen das ist halt wirklich wieder gelegt einfach kaum darf ich mal auswählen ist natürlich der geist des schlechtes Kai du wusstest doch das der gewinnt nein das ist dieses mini spiel ist so hart und lag basiert das ist echt doch neulich das ist einfach gewinnt ich hab doch auch nichts bekommen aber ein 3 gegen 1 match incoming if you throw 10 coins from the atop in the relic you can warp to a distant relic aber ich hab nicht genügend verdammt danke Akaia bitte du kommst hier nicht weg kann man sich dann aussuchen wo man steht sagen wir es mal so du kommst slow course to someone wow natürlich ist er in mein teil gekommen kann man jemanden hier ein giftpad so gesehen antun auch jetzt seid ihr in einem team Kai warum hast du mich verraten wir machen ihn fertig Kai wir machen musikalisch fertig als du in die Welt ich trommel das Zeug hält einfach hin zum mensch spiel wenn man das Notending angezeigt bekommt ok bitte enttäusch mich nicht Donkey Kong der hat doch perfekt Input meintest du doch immer als Easy-Bot nee ich muss gerade erst mal gucken welches Instrument meines ist ich mein wenn man das falsch macht wird man mit irgendwas beworfen dann kriegst ne Eichel aufm Kopf ja meinst du so ja ihr habt gewonnen selbst wenn ich nicht falsch gemacht hatte hätte der Donkey Kong einfach falsch gemacht also ich hätte leider schon verloren und ich habe perfekt alles ja ihr habt beide alles perfekt gemacht ich habe einfach reingepfiffen und der Bond hat einfach reingepfiffen warum bin ich eigentlich wieder letzter ja du willst ja vom Prinzip geworden das sind ne ja aber ich glaube dass es random ist ich könnte mir vorstellen dass die Bonbons miteinander verbunden sind ne davon würde ich ausgehen dass die Bonbons miteinander verbunden sind und über die beiden muss man wahrscheinlich über die Fragezeichen Felder hin ne es muss auch irgendeine Möglichkeit geben dass man standardmäßig über die drüber kann ich probiere das jetzt einfach mal aus du hast ja genug menschen gucken wo du rauskommst okay es werden und wie kommst du da jetzt weg gar nicht du musst auf ein Fragezeichen kommen richtig ich muss auf ein Fragezeichen kommen ich verliere da oben jetzt permanent Münzen bis ich auf ein Fragezeichen komme boah unangenehm so keines hilft dir eventuell wenn ich die Slowcoast mache oder keine Ahnung ich weiß nicht was er tut du kannst nur eines bis drei Felder gehen ich habe dir damit so gesehen gerade eine gute Möglichkeit gegeben wegzukommen deine Chance ist eins deine Chance ist 2 zu 3 dass du rauskommst gern geschehen Kai danke dir ich wusste selbst nicht wie viele Felder du danach laufen kannst ich habe mit 5 gerechnet aber gern geschehen du hast jetzt eine bessere Chance rauszukommen und den Stern ne den Stern krieg nur ich Junge 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 ja ist doch mal gut Donkey Kong oh das war du darfst uns abschießen das war ein ekelhaftes Game wir müssen einfach nur nach links und rechts ausweichen und du musst äh zielen und schießen du kommst hier nicht weg Yoshi du auch nicht ich komm weg wann immer ich will ich lass dich nicht vorbei und ich lass dich nicht weiter das würde mich jetzt sowieso der Bot wahrscheinlich behindern danke den wollte ich als erstes weg haben ich wollte eigentlich nicht erwischen Junge ich wurde ja gerade fett gesandwiched einfach ja 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 nein das Spiel hat noch nie jemand gewonnen doch das haben wir schon mal gewonnen ich habe sogar Video das haben wir als dreier Team haben wir das regelmäßig gewonnen aber noch keiner hat das Spiel im allein gewonnen das meinte ich ja so du kannst nur eins bis drei Felder gehen nutzt es ich weiß jetzt nicht wie lange das hält ich denke mal nur eine Runde Fragezeichen kommen anscheinend alle dort hin wo der Stern ist werde ich jetzt mal so spontan behaupten mal sehen was jetzt passiert wohin teleportiert das Ding ne ne du kommst so zufällig auf eins dieser Felder oh hallo schönes Ding dank fürs Gespräch hallo du schönes Ding na mein hübscher ich habe mir das dann auch gedacht hat immer Kai so na mein hübscher wir treffen uns aber relativ früh beschwer dich nochmal über irgendeinen Stern den du nicht bekommen hast sehr froh ich hab dir da hinten raus geholfen sei dankbar ich rede ja nicht mit dir der sterbe wieder von euch weggeklatscht hier werde ich niemals bis zum ende behalten da war es doch die höhe man ist das so besser gut dass der kommen so dumm ist das nicht ganz durchgedrückt ja es auch gemerkt ich hab's mal gewonnen das erste mal gefehlt haben können überhaupt mehrere gewinnen was mit der drei das perfekt machen wer gewinnt das derjenige schneller vom aufstehen wiederholen doch den glaubt dann kannst du donkey kong seine münzen wegnehmen im notfall wirst donkey kong den handschuh durchs gesicht vor allem wir müssen das können die spiel hier sehen und wieder für die wahl und noch mehr cash für die bank und ich will das cash haben die coins donkey kong hat zu viel ich weiß den nächsten der auf der die bank genau trifft und reich um gottes wegen das hat so lange dauert es müssen doch unglaublich viele bützten seiten wenn das so lange dauert 21 waren jetzt eben reinwerfen und weg geboren werden und eventuell scheiße stehen nicht schweiert ich habe hier nichts zu suchen sonst ab nach hause mit dir hallo geld kann ich noch mal so einen stern an der box finden nein abgelehnt ich werde auch ich will da drauf 30 münzen kein geld hallo kann ich hier den weißen natürlich gesicht ziehen wenn du die sieben münzen haben willst nun noch mal cash für die bank ja der verliert jetzt was die bank ist reich also wer das einmal einsätze kriegt also da drauf lassen der kriegt den münzstern ja ne ist klar was okay das war einfach die sterne dafür nicht ne der hat geändert sterne bekommen bose hat gerade ultra geprankt ich habe gerade mein herz entfacht ab nicht nur du wenn Gauser dem wirklich 100 sterne gegeben hätte ich wäre sowas von gequittet die Runde hätten wir den nochmal neu aufgenommen oder ja das ist kein kompletter Rackstil so jetzt müssen wir das mal haben was er macht hoch rechts nichts nichts ist eine Option was war das letzte hat doch das war doch recht oben rechts leer b a glaube ich wir haben alle reingepfiffen insta weil ich habe rechts gedrückt kein handschuh zieht donkey kong den handschuh durchs gesicht stell dir einfach vor das wäre funny dann kannst du nur gewinnen Akaya hast du beim rechts den Knopf gedrückt oder den Stick bewegt? den Knopf? da musst du den Stick bewegen ich habe es nämlich auch nach oben gedrückt und es hat nicht gezählt da muss man das tatsächlich am Stick machen meint ihr das Raumschiff oder? komm nimm ihn direkt alles zock ihn alles was geht ich will nicht so viel verlieren ich kann immer noch zum Stern kommen sie schickt Safari presse R&B-Buttons ordentliche sie psychisch die Power-Up der Ancentralik werer Power-Up er- in fünf Sekunden wendet alles klar das werden wir gegen shining verlieren ich fordere ihnen erst recht nicht heraus ich weiß nicht wovon ihr redet und die betteln sich jetzt werde ich werde sowas von oligen gegen mit jung du hast ihn einfach fett weggepunkt ja ich weiß ich hätte jetzt jetzt weiß ich was das für mich nicht viel ist jetzt können wir wissen dass ich auch leben gehen kann beim nächsten appels donkey jail na auch hier volle 10 kein bock willst niemanden langsam machen geld ich habe die eigene geholfen wo ich das gegenteil tue ich habe vorher so münzen spielen ich hab nix zu verlieren leute das ist halt echt ungefähr dass du mal wieder nichts zu verlieren hast wie beim allerersten battle mini spiel schon auch naja zwei münzen habe ich das von hier okay ich gehe meine münzen wieder kriegen wahllosen münzen bauen sie das immer so falsch aus ich habe bisher ein gutes gefühl jetzt nicht mehr ich habe meinen fast zu einem einhorn gemacht okay wir beide was jetzt 50 50 oder wie scheinbar wir teilen uns das geld offenbar ich krieg zumindest mehr geld als ich verloren habe ich habe so oder so plus gemacht ich habe auch plus gemacht ganze sechs münzen ich habe 14 münzen plus gemacht ich bin glücklich nein er kann sich nicht leisten du warst kein plus hier mache ich halt wirklich nicht junge wie lange will der hier drauf bleiben ja ne ist klar jungen wie hart muss ich spammen ich hole mich bald nen auto klicker dafür ey ich baue mir selber ein ich programmieren mir selber nen auto klicker für so nen scheiß ey der verliert jetzt auch noch dringend wieder passt er verliert nochmal fünf von deinen ja klar alle außer kai alle außer kai kriegen den gratis stern so viele so viele secret stars hatten wir wirklich noch nie ich bin der einzige wer den sterben ehrlich verdient werde weil ich gesloten bin da muss jetzt auch ne 2 beten ne ich habe drauf geschissen jetzt richtig noch mal es kommt die dicke kanone ich bin genau bei den letzten runtergefallen vor sie überhaupt gaben schön dass du die moneten gibt es damit er uns die sterne auch da immer wieder gerne und jetzt nur mit zwei na verdammt gern geschehen schau nach zehn hat so richtig hart den stern versaut natürlich krieg ich genau die zähne dir hätte es nur geholfen wenn ich dir gegeben wo kann man die bank wo kann man die bank aus cashen muss genau drauf kommen dann kriegst du es statt es auszugeben ich verziehe mich hier war ich doch eben er verdammte scheiße konntest du das jetzt irgendwie beeinflussen nein man kann es nicht der hat mir wirklich alles genommen was ich noch hatte ja normalerweise fünf okay ich bin gegen euch jetzt darf bloß nicht auf dem buchfeld kommen wir werden unsere sterne nie wieder sehen vor allem du nicht scheiden das schlimm ist der wird in der nächsten runde über den buch laufen das ist das spiel das wir noch nie hatten the player floating in the top must dodge the bridge of bomb bombs to keep the boat in the top up float um gottes wenig wenig meine verbindung ist abgeschmiert bei wem meine so ich muss nur bewegen if you hold a bomb bomb for too long it will explode in your hands so eng quickly and let it fly wir müssen jetzt erstmal auf kai warten dann macht's kaboom so let's go kai ist gerade aus dem internet geflogen und ihr werft mich mit bomben ab ich will das nicht aber ich will das ganz toll ich finde das schön wie joshie einfach nur da drin steht während ich das bloß bewege ich habe das gefühl hier hinten zu stehen ist eine echte wiese dummer nein ja in der letzten sekunde nein karma das war richtiges karma für den spott noch karma in dem weg als ob ihr nicht einen verspottet hättet nö und er kann ja wir haben gleich viele Münzen wird will ich nur mal mehr du wirst eventuell sogar mehr haben als ich ein toll dank für das gespräch dafür kann ich nichts komm schon kriegst die stars ich werde nie angekommen im goldenen gtl einfach nur war das das wo man jetzt aus ihm welche rausholt jetzt haben wir noch gleich viele münzen würde ich mal so sagen du bist verlockender was nehm ich für ein item ich weiß es nicht komm nimm die bombe der pilz ist ein extrazug mit dem schlüssel hast du irgendwie eine tür auf noch ein doppelzug die plünderkiste mit der du einen item klaus und einen baby und ein bau wird sie mir beschwören oder ist ein interessantes mini spiel beim ersten zeige ich die mini games zum alten jahr durch die doppelt runter kloppen und bau da steht natürlich als einzige aufschwunden im 1er block natürlich muss ja auch spaß machen und du kannst hier sogar auch einfach gar kein item kriegen ich hätte gerne ein weißt du was schön ist ich muss nichts abgeben ja das bringt mir auch so viel jetzt hast du mehr moneten du hast neid du hast moneten komponien sterne min das item ist verlocken bin ich offiziell wirklich wieder einfach komplett weggetreten wurden ich habe ich könnte wieder kotzen ich war vorne dran und jetzt bin ich einfach der letzte das traurige ist alle sterne die bisher verteilt wurden waren alles nur welche die im kisten war sehr klein ja drücken die ganze zeit und besten fall da vorne die ganze zeit speed geben ich kann doch mit dem bock nicht gewinnen das spiel dass sie selbst mit box gewinner ist unser schlitten pinguin zu schnell ja der bot macht zum glück keine inputs er versaut mir nicht die tour komm wir machen die fertig nein ich habe die falsche bahn genommen immer wenn ich fast am sterben gebe ich irgendwie komische geräusche von mir du bist halt einfach komisch danke so soll ich von der ziellinie noch mal kurz für euch bremsen oder warum sind wir überhaupt so langsam ihr müsst nach vorne gedrückt halten das habe ich nie gemacht da stand irgendwas vor wegen ja machst du für den anfang der namen nach vorne drücken zum speed geben und nach links rechts zum lenken das mini schön dass wir uns die beschreibung nicht durchlesen konnten ich dachte wir kennen die alle auswendig so oft wieder drückt haben ich nehme jetzt jede münze ab die du hast warum weil du es verdient hast ich habe nichts getan entfernt zu werden ich wusste davon direkt wieder welche abgehen zwar wer als die hälfte ich werde nie wie ich werde keinen einzigen stern mehr bekommen wie gesagt wenn es einen stern geben würde für kakaia wir haben nichts zu verlieren betreuen ich habe zumindest ein bisschen was zu verlieren du hast gar nichts zu verlieren auch nie das ist das noch mal wie wir klauen uns jetzt an dem rucksäcken bei der sind pilze drin und der der in golden hat er hat eigentlich vom prinzip her gewonnen bei mir ist er bestimmt nicht drin das weiß man vorher nicht der ist komplett komplett random rein gesteckt danke kai gib her gib her nein was los den gibst du sofort wieder her geh her warum krieg ich bei kai nix raus gib den zurück so jetzt bin ich weg ich bin weg ich bin weg ich bin weg nein 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 ja ich hab mir einfach im letzten moment noch gezogen wenn die kai kaputt ist hätt ich es diese eine sekunde noch geschafft vor allem ich habe kai irgendwie gerade sechsmal an den rucksack gegrabbelt ich glaube du ja er hat sich gewehrt man kann sich wehren ich hab mit b weg gewehrt ich hab gestanden bis zum geht nicht mehr nur um dich loszuwerden und dann habe ich mir den pilz trotzdem geholt alle auf kai ach jetzt gibt er eine richtung wo sie müssen weg gucken ich weiß nicht wie das game funktioniert wir drücken eine richtung und wenn er dieselbe richtung hat wie wir dann sind wir draußen müssen wir müssen das fünfmal schaffen ähm äh zu arme also vom prinzip her können wir nur raten ich drück nach unten Ausbildung ich drück nach oben ich hasse dich okay ja mach das gegen out meinte ihnen du sollst sie doch meinen wahrscheinlich ist das bitte dass er in jedem turn einen dran kriegt der wartet halt kurz eine sekunde richtig ich hab die letzte sekunde immer abgewartet wo ihr euch das festgelegt habt und hab dann einfach nur noch drauf gedrückt warum hast du mich als erstes rausgehauen weil ich dich nicht leiden kann ich will mal nicht so sein ich habe nichts getan und werde dafür gehasst ich hatte gerade eben sogar geholfen und dann hast du es mir versaut ihr müsst das schon mal irgendwann scheine sonst kommt ihr da nicht weg ich lasse jetzt einfach so lange ich komme so weg ist aber nicht auf der insel wo du hin wolltest ich glaube das geht kreis herum abgelehnt ich glaube da oben jetzt auch so lange im kreis bis 50 münzen darum sterne zu klauen das macht mir auch kein problem werden ja ich glaube das geht wirklich kreis herum mit dem fragezeichen also im uhrzeigersinn tipps attorney oje noch nie dass wir das in holz und panzer die ganze herum und muss gucken dass er überall diese plättchen einmal darüber fährt dass er das bild frei macht da aber ich habe es geschafft ich war in der letzten sekunde ich hatte noch eins innen frei ja ich habe es gesehen ich wäre basically auch in zwei sekunden fertig gewesen ich will mir übrigens so sagen ihr könntet auch die ganze zeit den slow curse aktivieren so ist das ja kreis rum und diese relics sie packen einen offenbar auf die komplett andere seite wenn du muss erst bei so einem geld stehen guckt uns geld ist bei mir zum beispiel ja schön ich kann ich mir nicht leisten ich bin mir ziemlich sicher ich weiß wie die folge heißen wird so viele geheimen kisten gab es noch nie ja irgendwas in der richtung ich habe das gefühl akai wird als erstes doch nicht schießen das gemacht sperr hinein direkt tot steht super danke ich dachte der lässt dich nicht mehr raus ich habe auch der kräfte dass ich dann nicht mehr wieder raus naja hätte es im buch noch erwischt ja das kriegt man normalerweise auch echt nicht hin wenn man hier kein glück hat jetzt könnte ich ihm mir leisten dann hätte ich endlich meinen ersten stern abgelehnt man kann sich auch selber kürsten ich will nicht aus bowser fällt kann man ihn nochmal kürsten damit er gar nicht bewegen kann ich glaube das geht nicht schade jo du hast die itembox das war ziemlich op das ist gerade eine 2 zu 3 das ist gerade eine chance von 2 zu 3 dass du bei der insel landes wo du hin willst da tauscht mit jemanden den platz ne es wird ja komm ich will kann ich will er hat sich auf drei sachen konzentrieren wollen ich wollte eigentlich den handschuh haben einfach nur münzen zu klauen die wolltest du von mir holen oder da kannst du durch open ich hätte aber auch nur für dich diese eine runde offen der macht direkt wieder zu und jetzt zu können du müsstest da unten gehen freiheit ja das bringt dich nur auf die andere seite das bringt dir nichts ich komme rüber ja moin ich kann ja als einziger nicht diese stern boxen und warum gibt es so viele bisher 6 secret kisten und in 5 von 6 waren einfach sterne kann wenn es so weiter rage kann man schnell wirklich dann seid ihr mich für heute los dann komme ich nie wieder dann muss ich zwischen speichern und wir müssen das man anders klärt komm ich nicht okay wir müssen einfach nur die viecher klauen äh 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 zählen dazu dann kriegen wir ja wohl ihn ich glaube es sind 15 wenn ich mich jetzt nicht erzählt habe ich glaube sechzehn oh donkey kong ist ganz positiv nee bei 18 gehe ich tatsächlich mit nee ich bleibe 16 ja macht mir ja macht mir bloß nachher ich habe drei bei die viecher gezählt ich habe von anfang an richtig gezählt ja ich habe einen irgendwie die ganze zeit doppelt gezählt ich habe auch einen merken ich habe zu viel gezählt wie gut dass ich eh vor joshi dran bin ich brauche nur eine 10 und dann gehört der stern mir exaktiv wieder ein item versuch immerhin etwas slap den handschuh durch irgendeine durch irgendjemanden sein gesicht nur nicht durch meins weil ich eh nix habe ich habe irgendwie so das gefühl dass ich den abbekomme ich weiß nicht warum hm woran das nur liegt aber er wird noch warten bis er noch zehn mehr hat dass er sich auch ein stern mopsen kann natürlich du bist übrigens dran man sehen ob ich überhaupt noch dazu komme diese glocken zu benutzen das so weiter das spiel ist doch bisher nur nett jetzt nicht mehr 20 münzen von allen um gottes will es geht um richtig viel ich will gewinnen donkey kong verliert basic ich sehe das ja doch er hat nur eine weniger abgeben müssen posers big blast ist glaube ich das mit der bombe um gottes will es ist ein luck game ja ich will als letzter ich will als letzter dran sein ich will nicht ich bin als letzter dran danke für das gespräch der letzte hat eigentlich immer die arschkarte muss ich sagen Leute ich bin grün deswegen vertraue ich grün wenn gelb da ist vertraue ich gelb ich bin gelb also ist es nicht gelb viel glück Kai einer von beiden ist falsch und wenn der den richtigen hat dann bist du draußen Yoshi ach fickt euch doch alle ich vertraue weiter auf grün grün hat mir bisher immer glück gebracht bring ihn einfach weg nein ja komm donkey erwisch jetzt auch das was dich weg springt ansonsten bin ich ziemlich am arsch ja moneten das habe ich nicht verdient ich habe doch niemandem was böses getan wo wir mit 20 münzen genommen hm moneten ach du kacke moneten warum ist Kai so sauer hm jetzt will ich auf das fragezeichen kommen um mir den stern von Yoshi oder donkey kong zu holen das gefühl ja schlägt mich gleich ach guck mal wir spielen dann gebe ich erstmal alle meine münzen aus noch ne da muss ich nicht abreden so muss ich wenigstens nichts abdrücken na 10 geht noch ich werde wieder gewinnen und mein vermögen noch weiter erhöhen die wir einfach zwei auch die heiße kartoffel ich bin dafür erst donkey kong raus ja bin ich auch für einfach alles so donkey kong werfen man kann ja die richtung bestimmen einfach alles nach unten links werfen oh wirf das alles zu akai rüber er will halt unbedingt mich draußen haben ich denke du bist so eine sau Kai wir haben eine absprache gehabt ich habe nichts dazu gedacht das zeigt einfach dass du halt echten v-mann bist ich hatte dafür die bombe zurückgeworfen so verdient Kai und solange du die Münze nicht bekommst ist mir alles recht ich habe genug Münzen um mir noch einen stern zu klauen aber das passt mir jetzt nicht dass Yoshi die Münze hat das heißt er kann sich den Stern leisten wenn ich 20 mindestens bekomme ich habe nur plus gemacht diese runde ich finde es übrigens schön dass jeder auf dem grünen Feld einfach die runde war ich finde es schön dass der Stern jetzt ein donkey geht und er damit einfach den dritten hat ja das ist das erste Stern der gekauft wurde und das traurige ist einer von den Sternen von donkey ist sogar meiner gewesen steht einer von euch zufällig da oben ja ich die da oben noch rum guck mal wir haben die geholfen ich weiß wem ich den Stern abgeluchsen werde ich weiß wem ich den Stern abgeluchsen werde ich weiß wem ich den Stern abgeluchsen werde kein nicht quitten das sind nur Münzen kleine Sorge das war jetzt einfach schon das siebte wenn wir das dann erzählen der glaubst ist das nicht oh ja oh ja 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 so ein game ist das das konnte ich sogar eigentlich ziemlich gut ja ich nicht wie er bot uns gerade alle abzieht ich versuche den kurven immer den Speed raus zu nehmen damit ich nicht aus der kurve fliege das Minispiele in dem ich euch jedes mal abziehe wenn ich einmal den Dreh raus habe wie ich auf der Strecke fahre Junge ich hätte auch nur den Dreh heraus haben müssen und dann hätte ich dich abgezogen das beschissen ist er kann sich den Stern jetzt leisten Kai wir können über alles reden der da hat mehr Münzen du hast gesagt raub hinaus Boah Junge ich habe so hart gesperrt und trotzdem hast du mir so viele Münzen abgezogen dieser Buhu ist halt wirklich einfach rigged der nimmt so viele Münzen wie er Bock hat scheißegal was du drückst da kommt das Karma hin ich habe nichts verbrochen ich habe nichts verbrochen ihr habt alle in mich rein getreten egal was passiert du verlierst Münzen ich will nicht ich weiß ob ich es sein werde Nimm einen Stern geklaut habe Kai darf ich nochmal einen Stern finden darf ich so einen random Stern nochmal finden bitte Münzen und ich bin weg tschau Kai mich siehst du nie wieder hier in dem Ring ja jetzt ist es die Bestätigung das gibt kreisrum du kannst schön da unten bleiben wo der Pfeffer wächst ich merke es ich bleibe hier auch allein ja Donkey Kong hat auch keinen Bock mehr auf dich oh alle gegen Kai ich hätte geweint wäre es das Kran Spiel geworden weil da hätten wir nur verlieren können oh ne das kann ich nicht ja du musst ja eigentlich nur den Ebel bewegen wer von euch hat das Spiel eigentlich so laut dass ich es mithören kann also das Spiel zu gewinnen ist eigentlich quasi unmöglich der baut es schon mal raus ich bin auch raus alter das ist so porn-game ne das ist halt wirklich einfach free win für denjenigen der gegen die anderen ist ja der kann halt einfach die ganze Zeit hinten rechts links drücken und der muss nur auf eine Seite gehen und der muss einfach nur rechts links spermen ey übrigens aus Spring war eine ganz dumme Idee guck mal der Kuba beliebt in dich du kriegst den Münzen ja und wie oft hat der Kuba schon an mich geglaubt und dann habt ihr alle mich reingetreten und das wurde nix so jetzt heißt es du eben wie die Spiele komm her Kai jetzt heißt es ihr alle tretet mich rein oder wird nein der kriegt einen Stern das ist illegal endlich mal das kann ich nicht akzeptieren dass er genau so viel Sterne hat wie ich Kai können wir uns darauf einigen dass du diesen Slow Curse da oben nicht benutzt oh ja geil geil du musst es auf einen von den beiden nutzen du kannst einen von beiden den Sternen auf jeden Fall vermasseln geh auf Donkey du hast sie außer weh nur den Sternen verwasselt merke ich mir das merke ich mir dass du dem Computer hilfst zu gewinnen mal wieder wie alle immer nur Metz sind der Computer gewinnt halt einfach zum zweiten Mal jetzt wegen dir 2 komm das ist mir so scheiß egal ganz ehrlich der ist sauer weil wir so viele Sterne bekommen haben der verdient halt wirklich einfach so unverdient wieder der hat einen Stern von mir geklaut jetzt kriegt der wegen Kai noch mal einen Stern in den Arsch geblasen die ganze Runde ist komplett versaut mit 6 Sterne mit 5 Sterne quasi geschenkt du verlier dich mit Kai ich weiß dass ich habe gerade nur 4 Münzen jetzt gerade lohnt sich's nicht ich drehe eine Runde Lauf am Kreis laufen ich habe eine Ehrenrunde gedreht das merke ich mir für die Zukunft Kai ich bin sehr nachtragend was sowas angeht das du das ist mir so scheiß egal er ist sauer auf uns beide weil wir so viele Sterne in den Arsch geschoben bekommen sag es mal so wenn du es am wenigsten warst du kommst zurück guck mal was der Dreck vor mir ist gerade in der Runde ist mir das so scheiß egal was ich mache er hat nicht mal die Münzen um den Buch zu bezahlen aber Hauptsache er hat erstmal einen Stern von meinen ey Och ne und er hat einfach wieder 4 Sterne Quickson Kache Quickson Kache äh was ist meine Controls du kannst hast du nach rechts und links spinnen lassen den Player in der Baruch ist viel Kontrolle zu Quicksand try to pull down all of your colon collecting rivals ich ach einfach spin ja wir müssen uns bewegen und du musst uns so gesehen nach unten ziehen und alles was bei uns halt vorbei kriegen geht kriegst du ja ungefähr so also wir haben die Möglichkeit uns Münzen zu verdienen und dir sie abzunehmen komm komm saug rein keine sind meine Münzen steht mein Name drauf das ist ein entspanntes Minispiel finde ich da unten geh ich doch nicht hin für mich nicht meine Hand tut weh also entspannt ist für mich anders 21 Münzen das ist halt einfach ein Money Game für euch gewesen ey du hättest ja nur ein von uns einsacken müssen dann hättest du wesentlich mehr bekommen ja wie soll ich das machen wenn ihr einfach wieder straight up raus laufen könnt ich habe gedreht wie ein Irrer ja ich habe jetzt für die Quale weil wen von euch beiden vor dich jetzt da raus ich mach das nachdem ich den Stern geholt habe ja ich verliere jetzt einfach hier straight up 10 Münzen einfach schon wieder vor allem wie ein Friesi das heißt ich kann nicht mal Bugu bezahlen ey ich werde es ihm nicht bestehen müssen dann wäre ich gezwungen gewesen den Hatschuh zu nutzen das ist so unnötig dieser Geist du kannst Spam wie du willst Duell Minispiel ihr seid ihr auf einem Feld jetzt kannst du ihm 6 Münzen wegnehmen das ist einfach A gedrückt bei einer Münze keine Ahnung Alter den kommt klatschen doch so weg 10 Münzen Ja, und wir bringen die mir leider nicht mehr genug. Ich sehe es schon kommen, du willst mir den Handschuh ins Gesicht klatschen. Eigentlich ja. Dann mach es. Ich will betteln. Ich konnte nämlich noch nie zuvor Duell-Minispiele machen in diesem Spiel. Es war mein allererstes Duell-Minispiel überhaupt. Dann kriegst du die Möglichkeit, sich direkt noch reinzumachen. So, komm, all out. All or nothing. Komm, mach ihn weg. Nein! Ja! Mit Moneten! Den Münzstern hin habe ich sicher. Moneten! Na! Verdient! Bloß weg vom Stern. Ich hab doch nichts Böses getan. Nimm doch mal lieber den her. Jetzt bin ich auch raus, ganz ehrlich. Jetzt bin ich raus. Fuck it. Das ist es mir nicht wert. Ich hab schon den Speicherpunkt gemacht, ne? Leute! Kai, komm zurück! Ab dem Punkt will ich ganz ehrlich auch raus. Kai, komm zurück! Nee, das ist es mir nicht wert. Das spiel ich so hinüber, so. Kai ist gerade geläftet. Komplett. Ja, ich mach mir jetzt auch hier nicht die Mühe, irgendwie noch was zu machen. Der Bot hat gewonnen, wir können nichts dran ändern. Alter, wie viele Sternenblöcke einfach hier rumgeschludert sind, ne? Das kannst du keinem erzählen. Ich weiß, wie die Folge heißt. Jetzt beginnen die Mindgames. Ach, weißt du, warum da jetzt nichts passiert? Weil das ein Spieler ist. Richtig. Boah, ich kann zwei Münzen kriegen. Wenn Donkey Kong schlau macht, bist du draußen. Ich müsste das nach der Runde umstellen. Und du bist draußen. Das ist das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass einer bei Mario Party Rage quittet. Ganz ehrlich, bei dem, was Donkey Kong jetzt alles gemacht hat und weil Kai mir auch noch den Stern versaut hat, bin ich eigentlich auch quasi jetzt nicht mehr irgendwie aktiv dabei. Weil ich bin einfach nur noch dabei, damit ich es zu Ende bringen und dann bin ich effektiv weg. Aber das kannst du keinem erzählen, wie viele von diesen dummen Blöcken hier rumgeschwürzt sind. Komm, Trick 1, damit Kai weg ist. Nö. Ich will Donkey Kong weghaben. Ja, Kai kann es beeinflussen, ne? Aber so dauert es lange. Ich muss den manuell wegmachen. Also zum Bot umändern. Drück einfach 2, bis am Ende nur 3 übrig bleiben. Dann kannst du entscheiden, dass Kai verliert. Wenn du jetzt eine 2 drückst, dann kannst du safe den Kai raushauen. Das Minigame cut ich übrigens raus. Wir waren noch eh so knapp bei den letzten Runden, die hätten, hätte er doch noch bleiben können. Ich kann es schon verstehen, irgendwie. Ich hätte jetzt so gelacht, er hat es uns hier 1 aus Versehen genommen. Vor allem nachdem Kai Donkey Kong halt so hart da noch assistiert hat, habe ich einfach basically schon keinen Bock. Zwei Aufnahmen und beide hat der Bot gewonnen. Und beide hat der Bot zu haushoch gewonnen. Ich sag nur, dass der Bot broken ist. Also wir wollen dich ja eingehauen, dass da die dabei ist. Das war aber nicht der Bot. Das war einfach Kai, der den Bot in die Hände gespielt hat. Wäre das nämlich nicht der Fall gewesen, dann hätte ich jetzt 3 Sterne und der Bot nur 2. Ich muss jetzt hier tatsächlich Zwischenspeichern, weil ich nix machen kann. Jetzt bin ich aber Luigi. Mach einfach nur Control Settings, das reicht schon aus, da kannst du das umändern. Ich kann da nix Control Settings machen. Ich muss A drücken. Geht nicht. Nee, warte, dann ist es B. Drück B. Nein, du hast es ja geöffnetes Menü. Okay, jetzt kann ich es umändern. Hallo. Ich will nochmal erwähnen, dass der auf Easy gestellt ist. Leute, ihr seht jetzt nicht falsch. Kai ist wirklich geragequittet. Aber wenn wir bei der Anzahl an Sternen, die Donkey Kong auch aufgrund von Kai hat, verstehe ich das schon. Wer hat so viele Sterne, weil sie aus den dummen Boxen kamen? Das hatten wir noch nie, dass 6 Sterne einfach in den Boxen rumstanden und wir sie alle eingesammelt haben. Das haben wir wirklich noch nie gehabt. Ich musste Kai jetzt übrigens so einen Bot umändern. Weil der kommt nicht wieder, Leute. Ich wollte eigentlich noch Boohoo nutzen, um den Donkey Kong noch einen Stern zu nehmen, aber Pustekuchen. Ich würde mal sagen, wäre das jetzt Sunny anstatt dem Bot, der hätte... Auch ein Duell! Sunny hätte sich so sehr gefreut. Es ist Zeit für ein D-D-Duell! Ich kriege einfach so viele Münzen gerade durch die Duelle. Und easy, noch mehr Münzen für mich. Ja, wenn ich den Münch der nicht kriege, dann weiß ich auch nicht weiter. Alter, wäre das Sunny anstatt dem Bot gewesen, der hätte sich die ganze Zeit so einen Ast abgefreut. Ey, das mit den Sternen, das kannst du keinem erzählen. Kein... Nee, zwei waren Münzboxen. Ich hab nach links gedrückt! Dich kriege ich auch noch. Nö. Wow. Ich hab immer direkt nach den gedrückt. Nö, du hast halt so den Vorteil, weil du irgendwie nochmal eine Sekunde länger Zeit hast, gefühlt. Nein, ich hab dieselbe Zeit, ich hab einfach nur gewartet. Nö, ich habe schon aus... Ich hab schon bis zum Äußersten rausgezögert. Ich hab direkt, nachdem sich deine Richtung bewegt, hat er dieselbe Richtung bewegt. Na komm, tritt in mich rein, du hast mehr als genügend Münzen. Es wurde auch mehr als genug in mich reingetreten. Ich glaube, es wurde mehr als genug in Kai reingetreten. Der ist schon raus! Wenn das mal kein schöner Handschuh ist, den hole ich mir. Und ich ziehe dir deine restlichen Münzen auch noch weg. Willst du nicht lieber einen Donkey Kong dir wegnehmen? Ich hab eh keine. Der ist aber eigentlich so langweilig. Wobei, das ist wohl sinnvoller. Ich hab ja die Münzen. Ist überhaupt noch eine Runde Zeit? Bitte die drei! Ach, schade. Ciao, Kakao. Oh, hi, Donkey Kong. Es ist Zeit für ein Duell. Ja, hab ich auch gehört. Du nimmst alles, hab ich gehört. Ja. Weil der Bot eh easy ist. Gleichzeitig drücken kann man sie nicht, ne? Nö. Aber fragst du dich nicht, wie ich so schnell drücken konnte und trotzdem bei dem Ballon mit Bowser immer reinscheiße gegen dich? Ich hab ne andere Tasten-Kombi sucht. Ich hoffe, eine Runde Würfeln ist noch. Äh, eine ist noch. Yay, den kann ich noch mal garantiert einen Stern kriegen, wenigstens. Sind hier auf der Osterinsel. Mit wem bin ich? Habe ich gerade nicht drauf geachtet. Kai. Also dem Kai-Bot. Nein. Ich schicke ihm später noch einen Screenshot. Oh, neues Game! Press the A in Z-Button's identity. Du pumpst die Bowser-Band nun. Und hey, Spurs. You can also just be in Z. Also, einfach nur dieses Blass-Spiel als Team. You can pump with flash when it's full of air. You can pump with air. You can pump with air. The pump is full. Okay. Bot enttäuscht mich nicht. Dein Bot ist tausendmal besser als meiner. Dein Bot hat permanent fast volle Pumpen reingehauen und meiner hat nicht mal ein Viertelpumpe reingehauen. Ich fand's lustig, wie Bowser die ganze Zeit geguckt hat. Hey, das war auch wieder not even funny, ey. Dein Bot übel OP, meine absolut Garbage. So, komm her. Kai hat ja auch schon aufgegeben. Ich rufe dich, fettes Etwas. Did you call me, Master? Was machst du eine Weltreise? Ja. Vor allem, was mir halt auch so überhaupt nicht passt, ist, dass jetzt einfach ein Bot hier die finale Sequenz bekommen. Außer ich würde jetzt irgendwie noch alle Sterne kriegen, aber das bezweifle ich. Ja. Für wenigstens Zweiter. Muss nicht sein, es gibt noch die Bonus-Sterne. Den Münchstern, den krieg ich aber definitiv. Da kannst du sagen, was du willst. Dafür habe ich zu viele Duelle gewonnen. Wenn ich nicht den Münchstern kriege, dann wäre ich ja auch. Wenn du alle drei Sterne bekommen würdest, dann würdest du tatsächlich den Donkey Kong noch auf den zweiten verbanen. Ja. Den muss noch würfeln. Nein, ich wollte nochmal ein Fragezeichen, damit ich das auch kriege. Aber ich glaube, den Münchstern kriege ich leider nicht. Und dafür war ich, glaube ich, zu schlecht in dem Münchstern. Also den Fragezeichen kriege ich definitiv nicht. Nee, den kriegen entweder ich oder Donkey Kong. Den Münchstern kriege sehr wahrscheinlich ich. Ein paar Balls. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Wir müssen uns einfach nur gegenseitig runterkicken. Ja, das hat mir schon eine oder andere Mal. Komm schon, Luigi. Das können wir ruhig jetzt 40 Sekunden lang so durchführen, ne? Abgelehnt. Passt. Nicht kriegst du nicht runter. Du mich auch nicht. Jetzt können wir ruhig die 10 Sekunden noch so weitermachen. Ich wollte in die Kamera gucken. Das war das letzte Biddy Game. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt an diesem Minigame lag, dass ich den Minigame-Stern nicht kriege. Das würde mich echt nicht wundern. Ich habe halt komplett dominiert mit dem Münzen gegen Ende. Minigames, da gehst du zu Luigi. Ja, ich hab' ich hab' doch so richtig fett abgeräumt bei den Challenge-Minigames. Die zählt doch auch. Die zählt doch auch. Künstler ist deiner. Und wenn ich jetzt keinen Stern bekomme, bin ich letzter. Wie wir einfach einen Bot jetzt zusehen müssen, wie er die Abschlusssequenz kriegt, ey. Unverdient. Alles wegen Kai. Da lag's nicht. Doch, auch. Ich sag mal, du hättest nichts am Endergebnis geändert. So, dann darf ich mich mal eben noch vorlesen. Wäre es nicht... Oh, ich kann nicht mal schnell genug lesen. Er drückt einfach durch. Das ist eine Kuh. Das ist ein Dott für den Fluch. Wäre... Hätte Kai mich da nicht in dieser einen Runde gekürzt, hätte ich zwei Sterne mehr. Nö, das hätte trotzdem nichts am Endergebnis geändert. Doch. Donkey Kong hätte zwei Sterne weniger und ich zwei Sterne mehr, dann hätte ich gewonnen. Sie kommen ihn holen. Nimm Donkey Kong direkt gleich mit. Der hat hier nichts verloren. Hatten die eine Stadt auf dem Teil drauf? Wie grimmig der guckt? Der freut sich nicht mehr über seinen Sieg. Jünger, was mich halt richtig anpisst, ist, dass ich wegen Kai halt jetzt nur Zweiter bin. Ah, ist gut. Und ich hätte halt wirklich dritter werden. Ich hätte halt wirklich erster werden können. Wenn Kai mich in dieser einen einzigen Runde dort nicht gekürzt hätte, hätte ich erster werden können. Ah, so knapp. Das bezieht sich halt wirklich darauf, wie viel man aus den Minispielen rausgeholt hat. Und er lagst du mit einem Feld hinten. Trotzdem hätte, wie gesagt, diese eine Runde von Kai, dieser eine Move, der hat mich den Sieg gekostet. Ja, ist gut jetzt. Okay, Leute. Das war Mario Party für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Es ist schade, dass Kai Gerage quittet ist. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann sind wir dann hoffentlich auch wieder zu viert.